Hallo, hier ist Thund unterwegs. In diesem Video stellen wir Ihnen unsere Welpenhalsbänder vor. Die Halsbänder für Welpen sind in Sets mit je 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Ein Muss für jeden Züchter, der so schnell und auf einen Blick seine Welpen gut unterscheiden kann. Die Halsbänder sind einfach und schnell in der Größe zu verstellen. Der Snap & Easy Schnellverschluss öffnet sich bei einem eventuellen Hängenbleiben des neugierigen Welpen schnell und einfach. Die Welpen lernen schon früh das Gefühl ein Halsband zu tragen kennen und müssen sich nicht erst langsam im neuen Zuhause daran gewöhnen. Auf der Karte können die wichtigsten Daten des jeweiligen Welpen eingetragen werden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Viel Spaß mit Ihren Welpen wünscht Ihnen Ihr Hund unterwegs Team.